So, herzlich willkommen zurück bei Battlefield 3. So, jetzt wollen wir endlich mal... Ja, bla bla bla, ich komm schon. Nicht immer nerven hier, mein Leute. Oh, ich bin natürlich auch übelst schnell grad, ne? Oh... Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09.30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinser Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt da mit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kette weg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los! Ah, endlich rennen. Ach, sieht das geil aus. Boah, 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 boah. F***ing Köter, Alter. Verpiss dich doch, ey. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt, ja. Ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Hm. Oh, Erdbeben. Das ist natürlich schön. Das ist eine große Wehrstraße. Viel freies Feld. Natürlich. Da kommt was zurück. Und, dass er vorbei ist. Oh. Die sehen ja freundlich aus. Wieso steht da immer... Kurt, Nedkovich, nehmt die Tür rechts. Wieso steht da immer Blackburn, komm? Was für ein Schwachsinn. Du musst aufschließen, Black. Los! Was für ein geiler Bug, Alter. Ja, komm, Black. Komm. Komm schon. Komm. Blackburn, Blackburn. Äh. Warte mal. Geht das vielleicht, wenn ich jetzt mal Escape mal kurz mache? Und wieder zurück zum Spiel? Geht das dann weg? Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Ach so, es lädt alles nach. Jo, wir können alles nochmal schnell reflektieren. So. Wow, Alter. Was? Boah, hab ich mich erschreckt, ey. Ach. Alter. Boah. Das ist zwar schon mal gespielt, aber... Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Spaß. Oh, Mann. Er jagt doch nicht alles in die Luft, ihr Penner. Ich bin unter Beschuss. Voll Ruhe. Da kommen sie! Scheiße, diesen Scheißkerl aus! Ein bisschen blöd, die Typen, wa? Nein! Oh, Mann, ja. Ach, hier ist Doppel, genau. Hinter der sicheren Deckung. Wir bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Reiß von den verstrangten Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Hocke, da dir das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Ziele beim Gebäude! Alles Hilfe, niemals! So, den sollten wir haben. Wollte ich auch haben. Das ist mal das Wichtigste. Weil der räumt meistens, der klärt meistens hier den Raum. Alter, wow! Ja, Teambeschuss, Mann. Die Idioten. Rangriff! Der Feuer! Ich hätte schon eine Nebenwaffe. Eine Sniper. Fette Sache. Sag mir, wo sind die Gegners? Was? Alter! Nein! Haltet sie noch nicht was auf! Der Sniper ist noch da! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Schnell da rein! Los! Los! Und wieder zurück. Taktischer Rückzug ist manchmal echt besser. Reiches Maktion. Oh! Durch dieses Schwingling. Hey, komm. Kannst du das spüren? So, weiter. Ich hoffe, Scheffin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Ein Beben. Wir müssen weiter. Ich befolge den Oberfehler. Offen, offen. Ja. Ach, lahmer Sack hier. Heuer. Wie das nice aus. Boah. Fuck. Boah. Ich bin wieder so erschreckt. Schraff nicht von den Fenstern. Was machen die eigentlich? Nix, Alter. Ja. Ja. Nee, warum soll der auch weggehen? Alter. Ich sag jetzt mal gar nix. Boah. Jedem verfickten. Was ist das denn? Der Topf. Das ist aber der geilste, Alter. Jedes Mal erschrecke ich mich, Alter. Wir locken ihn raus. Und los. Boah. Das geht mir durch Mark und Bein, Alter. Das ist immer schlimmer als ein Multiplayer. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Ja. Machen wir. Mein Gott, ey. Mike, warte bis wir... An die Wand? Warte bis wir... Knall. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Keine Grüppchen. Na, dann bilden mal Grüppchen. Ja, guck mal her. Grüppchen bilden. Ja. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Alles klar. Ja. Nee, ist keiner mehr da. Alles. Ist alles tippitoppi, Alter. Der Sniper hat doch nur die Töpfe weg, Mann. Der will uns doch gar nichts. Äh. Was? Was? Ah, ihr habt doch gar nicht aufstehen gedrückt, Mann. Ach, der wollte den wahrscheinlich von hinten nehmen. Ist dann aufgestanden. Hat dann gemerkt, dass er das gar nicht kann. Und dann beim Aufstehen batzt. Ist nur eine Theorie. Boah, leckt mich fett, ey. Nicht schon wieder, ey. So was Unnötiges. Ja. Schon nice gemacht, finde ich. Oder die Augen könnten ein bisschen mehr Ausdruck. Boah, boah, boah. Alter. Ich finde, einer sollte sich opfern, ne? Und los. Ja, die Augen sind echt mies. Okay, unterwegs. Und los. Oh. Ja. Bunny hoppen. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Reinhard. Und sobald er den Kopf rausstellt, tusten wir ihn weg. Hi. Nee, okay. So. Warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Ich bilde jetzt auch gar keine Grüppchen mehr, Alter. Nachdem gerade eben, Mann. Rede mit dir. Siehst du was? Alles klar. Das sah gerade Blut, das gespritzt ist. Alter, übertreib mal nicht, ey. Black jetzt. Scheiße. Einfach weitergehen. Alter. Oh, guck mal, mein... Alter, krasser Typ, ey. Okay. Da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung. Während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Nicht verkacken. Drei, zwei, eins. Feuer frei. Verbeck. Boah, Alter, wenn das nicht mal ein Treffer war. Jo. Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Bö. Boah, sieht das... Geil aus. Und können die Zwecksabholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben. Hihi. Geil. Geil. Keine Richtung. Over. Nordseite. Misfit, 1,3. In Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Oh, jetzt ist was Schönes, Alter. Alter. Die Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Oh. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Auf den Balkonen, linke Seite. Ziel auf dem Dach. Direkt geradeaus. Das war mal ein sauberer Schuss, ey. Okay, los geht's. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Wow, Alter. Die Luft scheint rein zu sein, Misfit, 1,3. Wir gehen los. Over. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. So, hier machen wir kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis später.